Unmöglich aus dieser super engen Parklücke rauszukommen? Nicht für diese Fahrerin. Ein Video aus den USA zeigt das schier unglaubliche Ausparkmanöver. Stoßstange an Stoßstange, vorne und hinten nur wenige Zentimeter Platz. Die meisten würden hier wohl verzweifelt aufgeben. Für die Fahrerin des weißen Kombis aber scheinbar ein Klacks. Geduldig und in akribischer Millimeterarbeit setzt sie mehrmals vor und zurück. Ohne dabei eines der anderen Autos zu berühren. Keine 20 Sekunden dauert der beeindruckende Stand. Sie setzt insgesamt neunmal vor und zurück. Dann ist sie raus und braust davon. Kaum ist sie weg, möchte schon der Nächste einparken. Für ihn ist die Lücke aber wohl zu eng. Er fährt lieber weiter. Bei einer Auspark-Weltmeisterschaft hätte diese Frau sicher die besten Chancen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017